Herzlich willkommen zum täglichen Monolog am Donnerstag vor Weihnachten Polen. Das Österreich von Osteuropa bekommt zu Weihnachten von der EU ein Strafverfahren wegen der Justizreform. Die EU findet die letzten Reformen in Polen undemokratisch und Polen sagt, ist uns doch egal, macht doch was ihr wollt, wir haben Ungarn auf unserer Seite. Ich glaube, der Konflikt wird sich noch ein bisschen zuspitzen. Ich habe vor sich selber schon mal Hamsterkäufe gemacht. Wer weiß, wie lange es hier noch ungarische Chips im Supermarkt gibt. Wenn die mitkriegen, dass ungarische Sachen im Ausland gegessen werden, dann flippen die aus. Ich sage euch das, wirklich. Ungarn und Polen sind sich auf jeden Fall einig, dass Demokratie beim Machterhalt irgendwie nur nervt und im Weg steht und sehen das langfristig nicht als Konzept für sich. Demokratischer Aufstand ist in Polen jetzt auf jeden Fall so gefährlich, wie als Mücke durchs öffentlich-rechtliche Hauptprogramm zu fliegen. Weil die da immer so viel klatschen. Audi muss 330.000 Autos wegen Brandgefahr zurückrufen. Dazu kommen noch Urheberrechtskosten, weil Samsung das Patent auf sich selbst entzündende Produkte hat. Es trifft wirklich immer die Armen. Man muss es wirklich sagen. A4, A5 und Q5 sind die betroffenen Modelle und das sind ja nun wirklich Autos fürs Volk. Also wirklich die armen Audi-Käufer. Ihr tut mir leid. Immer auf die kleinen Leute. Es ist wirklich zum Kotzen. Da muss mal einer was machen. Wirklich, ey. Immer auf die Schwachen. Wo soll das noch hinführen? Was kommt als nächstes? Eine Rückrufaktion bei der Apple Watch oder was? Kein Problem. Ich mag Sauerkraut. Ich werde gleich Sauerkraut essen. Die Fertigstellung der Schutzhülle für den Reaktor von Chernobyl verzögert sich. Und wir wissen ja, Atomunfälle sind wie Sex. Wenn die Schutzhülle nicht rechtzeitig draufkommt, ist das Geschrei später groß. Bis Mai 2018 soll es sich noch verzögern. Leider kann man dann aber immer noch nicht den Autoscooter in Chernobyl benutzen. Der ist leider nicht mehr zugelassen, weil Autoscooter heutzutage geairbrushed sein müssen. Ansonsten ist Chernobyl in ein paar tausend Jahren bestimmt wieder bewohnbar. Dann ist es wahrscheinlich der letzte bezahlbare Außenbezirk von Berlin. Wohnen in Chernobyl. Eine Investition für die Zukunft. Und jetzt muss ich sagen, würde ich sagen, ich habe was verpasst. Fast ein Jahr im Amt, Senat und Repräsentantenhaus in der eigenen Hand seiner Partei. Und erst jetzt schafft es Donald Trump ein Gesetz durchzubringen. Bei der Arbeitsmoral ist das kein Wunder, dass der Mann nicht mal mit Casinos Geld verdienen konnte. Zur Belohnung ist er erstmal Golf spielen gegangen. Vollkommen zu Recht. Von der Steuerreform profitieren nur reiche Menschen und große Konzerne. Also persönliche Verstrickungen von Trump können wir da wirklich ausschließen. Also mit Reichen hat der Mann jetzt wirklich gar nichts zu tun. Achso, und die Kosten der Gesundheitsversicherung werden dadurch auch steigen und in einem Nationalpark in Alaska darf aber jetzt nach Öl und Gas gebohrt werden. Man bekommt also nicht nur das, was draufsteht, was schon zugegebenermaßen scheiße ist, sondern hintenrum bekommt man noch mehr scheiße obendrauf. Es ist das Jamba-Sparabo unter den Gesetzen. Man muss es so deutlich sagen. Das war nicht immer hygienisch unbedenklich. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die Vermittlung privater Fahrer durch Uber eine Verkehrsdienstleistung ist. Ganz im Ernst, EuGH, wenn ich hören will, was ich eh schon weiß, dann lese ich Bento. Aber das heißt, dass die Fahrerinnen zum Beispiel einen Personenbeförderungsschein brauchen oder Taxi-Lizenzenzen vorweisen müssen. Wer fremde Menschen also einfach so durch die Gegend fahren will, muss auf die traditionellen Mittel zurückgreifen. Einen fensterlosen Transporter und ganz viele Süßigkeiten. Das war der tägliche Monolog. Wir sehen und hören uns morgen hoffentlich wieder. Schaltet auch dann wieder ein. Bis dahin. Ciao.